2.1-Sieg Italiens einstiger EM-Held Mario Balotelli hat sich auf Instagram über Thomas Müller vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München lustig gemacht. Anlass war dessen Kung-Fu-Tritt im Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam. Der Stürmer von OGC Nizza postete ein Foto, auf dem er in Bodybuilder-Pose beim 2-1-Sieg um EM-Halbfinale gegen Deutschland 2012 zu sehen ist. Müller ist deutlich kleiner abgebildet und prallt mit seinem Tritt am muskulösen Oberkörper Balotelli ab. Auf einem weiteren Foto hält sich der Bayern-Star anschließend, mit schmerzverzerrtem Gesicht. Den Fußball-Rekordelli machte aber gleich deutlich, dass er sich lediglich einen Spaß erlaubt habe. Müller sah ein großartiger Spieler. Respekt! Das Foto ist nur ein Scherz. Müller hatte Gegenspieler Nikolas Tagliafico am Mittwoch unabsichtlich mit gestrecktem Bein am Kopf erwischt und dafür zu Recht die rote Karte gesehen. Punkt. Tagliafico trug eine klaffende Wunde davon, wurde noch auf dem Platz genäht und erzielte am Ende das 3 zu 3 für Ajax. Untertitelung des ZDF für funk, 2017